PAX, ULTU So, Hütu was gehabt, ULT um schnell nach Start. So, wir sind jetzt hier in einem Manga Store in Berlin. Weißt du, mit dem guten Thomas. Hi. Auf jeden Fall, ja, Mann. Wir gehen ein bisschen durchmachen, ein bisschen Rundgang. Und parallel dazu, hier ein bisschen über unsere Lieblings-Anime-Bruder, Lieblings-Manga-Bruder. Ihr wisst selber, auf ruhig so. Thomas, sag mal ehrlich, Bruder. Gerade, was für eine Anime, was sucht du dich gerade? Marshall. Bruder, Marshall auf ruhig so. Ich liebe Marshall. Was macht Marshall aus, Bruder? Das ist witzig. Das ist witzig, Bruder. Und? Der Charakter sieht aus wie Thomas, ehrlich? 1 zu 1, ich bin Marshall. Ich cosplay Marshall. Dokumiler. Machst du echt? Ja, mach ich tatsächlich. Boah, das wird echt böse kommen, ne? Bruder, 1 zu 1 Marshall cosplay. Ich brauche nicht viel. Ja, das ist ruhig. Ja, ja. Okay, auf jeden Fall hier ist das Tor so. Ja, ein bisschen so, ne, diese ganzen Beta-Mail-Figuren. Guck mal hier. Diese ganzen Beta-Mail-Figuren, so. Also wenn das holt, Bruder, du bist mutig auf jeden Fall. Ruhig. Na ruh, du mal, ne? Ruhig. Also auch ein paar Bären und so. Wir gehen weiter. Was cool ist an dem Laden ist, die haben so auch so Schwerter aufkontrolliert, weißt du? Dass wir da einfach auch so, ne, das Schwert von Solo haben. Hier Oden, Bruder, die ganzen Diamonds, die Schwerter und so. Auf klassisch, Bruder, diesen Minato Tengen, Bruder. Ich wünsche, ich wäre wie Tengen, Bruder. Ich wünsche, ich wäre wie Tengen, Bruder. Drei Chais unter Kontrolle. Sei ehrlich, Bruder? Wer ist der beste Chai von Tengen? Boah, äh, die Brünette. Die, die eine Strähne hat mit Top? Ja. Ja, weil diese am edelsten so, ne? Die mit einem lila Top? Ja, das ist doch die. Ja. Die mag ich am meisten. Ja, aber wir mögen alle die am meisten, hoffe ich auf jeden Fall. Der Mann, der Männer, Zoro. Wer ist der nur einfach bis Charakter? Bei mir? Ja. Zoro? Ok, ok, ok. Hi, hallo, hallo. Ich bin großer Fan von dieser Maschine. Weil ich liebe fette Katzen und das sind aber lange Katzen. Sagst du, Katzen sind? Ja, ich liebe Katzen. Aber ich glaube das sind Waschbären, ne? Aha. Ja, Füchse. Bruder, irgendwie sowas. Waschbär, Fuchs, Affer, das was du willst, glaube ich. Bruder, ich will eins dieser Dinger gewinnen. Ja. Auf süß. Die Automaten sind doch voll nice. Das ist richtig Japan, ne? Bruder, das ist 1 zu 1 Japan, aber guck dir die Preise an. 4 Euro. So, jetzt sind wir in einem neuen Store, man. Also auch ein J-Store, ein anderer Store. Das ist ein bisschen so mit Figuren und so. Achte mal, Sakura, man. Wow, was ein Entscheider, man, ne? Auf jeden Fall, hier sind auch ein paar Shirts und so. Auf ruhig so. Ich finde den Anzug auch noch schöner als den anderen. Um ehrlich zu sein, ja? Hier ist mal ein bisschen Mayotte Akademie auf ruhig. Und achte mal, das ist Thumbnail. Guck mal, das ist die aus Bleach, Alter. Ich habe vergessen, wie die heißt. Die mit Gin und so. Auf jeden Fall, krasse Figuren, man. Hier sind sehr, sehr coole Figuren. Also sag ich euch ehrlich. Ach, das muss ich holen. Bo, ein Beerus T-Shirt, Bruder. Jungs, soll ich in Minus gehen was holen? Soll ich in Minus gehen, Dinger? Merken wir uns auf jeden Fall. Finde ich sehr cool. Finde ich hier. So Freeza und so. One Piece und so'n Shit. Achte jetzt, die Genki-Dama, Bruder. Sehr, sehr aggressiver Son Goku. Sei mal kurz, ehrlich zu dir selber, Bruder? Hier, oh mein Gott. Was für coole Figuren. Hä? Okay, cool. Und weiter. Bisschen Genshin Impact, aber ich kann. So, Pokemon auf ruhig so. Oh mein Gott. Oh, siehst du das? Junge, tschüss. Junge, tschüss. Ich muss eine Niere verkaufen, um den zu holen. Willst du mir das tun? Das will ich doch haben. Guck mal, diese Form von Dufi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Die Säge. Oh mein Gott. Was sind das für Figuren? Junge, diese Ellen Jäger mit 1.290. Junge, was für Figuren wir hier haben, Alter. Ich bin ehrlich schockiert. Denk dich nur noch ruhig. Auf jeden Fall. Sehr, sehr krass. Bruder, Thomas, hast du die Figuren gesehen? Bruder, die sind anders. Guck mal. Dieser Ellen Jäger, Bruder, dieser Dufi. Die Tausi, ne? Tausi, ne? Ja. Leihst du mir deine Eier? Ich verkaufe deine Eier auf den Schwarzmarkt, ne? Ja, 4,99. Du bist so ein Mensch, ne? Auf jeden Fall. Hier haben wir noch Goku auf ruhig. Ultras in Goku. Wir haben Naruto. Soll ich den Naruto in die Faust geben? Kann ich den Naruto in die Faust? Meinst du den Naruto mag, Schwarze? Wichtige Nebenfragen, weißt du? Könnt ihr euch verantworten. Wir sind ein bisschen Naruto-Figuren. Oh, Asakura Yoshi. Oh, Isagi Yoichi. Itoshi Rindiga. Eigentlich musst du holen, ne? Boah, beide. Sollen wir minus gehen? Sei ich? Rein minus, ne? So rein minus. Oh mein Gott. Anja. Jungs. Oh mein Gott. Wow. Ist das Alter bestätigt ist die Frage. Ist das Alter bestätigt? Leute, wer versteht den Insider erst, wenn ihr meine Videos schaut? Schaut mal in den Videos. Auf jeden Fall. Der Laden ist doch mal richtig krass. Sag ehrlich, Mann. Überzeugnis sogar noch mehr. Oh. Fischthofenorfs, da haben die auch noch. Das ist Rao. Ich weiß, die Leute kennt ihr nicht. Aber das ist Rao, Mann. Juskaisen, Sukuna. Sehr, sehr, sehr krass. Nami oft kontrolliert, Mann. Der Laden hat mich richtig gekauft. Hätte ich jetzt Geld, hätte ich den Laden leer gekauft, Bro. Also den Laden merke ich mir für die Zukunft. Weil hier wird abgerissen. Hier wird wirklich abgerissen in der Zukunft. So. Jetzt sind wir hier beim Figuja Store. Auch sehr cool, Mann. Acht das, wir haben, Mann. Ich sag so, Berlin ist sehr, sehr reich. An die verschiedensten Anime-Charakteren, ja. Guck mal. Chopper wurde auch ruhig. Guck mal Chopper, ja. Wir gehen rein. Guck mal, was der Laden so zu bieten hat. Sei ich ehrlich. So, ja. Jetzt sind wir auch hier im Store oder Figuja Store. Acht mal die Figuren. Sehr, sehr gefährlich, Bruder. Sehr, sehr, sehr brutal. Ich sag euch ehrlich. Berlin hat einen Abstand wirklich, äh, in Bezug auf an den Manga. So, die Stärksten, ja. Ehrlich. Das ist sehr krass. Ihr seht direkt, wenn ihr den Laden seht, so voll. Weißt du? Wirklich Full House, Bro. Lucci, Mann. Der soll, Bruder, der soll mal seinen Maul halten, Mann. So, Leute, die One Piece lesen, wissen Bescheid, Digge. Scheiß nur auf den, Bruder, ja. Guck mal, Big Mom oft kontrolliert. Achtet Big Mom. Guck mal, Junge. Stell dir dieses Schwert in deinen Popo rein, Alter. Wow. Weißt du? Weißt du? Hier haben wir auch Pikachu. Scheiß auch Pikachu. Weißt du? Pokémon so ein bisschen. Hier haben wir, Bruder, hier haben wir so ein bisschen so diese, weißt du, wie dieser, diese, diese Beta-Mail-Trap. Weißt du? Weißt du? Auch wieder One Piece. Vom Film sogar. Aber Film Red war Müll, ja. Film Red war echt Müll, sag ich dir ehrlich zu gehen. Okay, warte. Wir gehen weiter. Wir gehen mal an diese Ecke. Auf jeden Fall, sehr geiler Laden. Ist auch sehr groß. Und wenn ihr wirklich so Stuff braucht, rein da, ja. Und wer sich traut, diesen Historiker zu kaufen, der hat wirklich diese Eier aus Stahl, Bruder. Guck mal, wie groß sich der auskommt. Find man sein Gesicht? Guck mal, wie groß sich der auskommt, Bruder. Was ist das für ein Typ, Bruder? Wie geht's, Alter? Meinung dazu. Die Kollegin, warte, ich glaub, bist du zurück? Die Kollegin, Bruder, kostet 400 Euro. Guck mal. 400 Euro, Bruder. Wer dafür Geld ausgibt, also jemand wie ich. Bro, das ist krass, Bruder. Weißt du, das ist wirklich lost. Das ist wirklich lost, Digga. Oder 30 Euro für die? Kann man eigentlich schnecken. Für die Füße, ne? So, für die Füße 30 Euro, Digga. Auf jeden Fall, ja, Mann, stark, ja. Wir haben noch ein bisschen Geld und so, aber wisst, ne? Die machen mit den Anime-Girls, glaub ich, so viel Geld. Das kann man sich gar nicht vorstellen, Bro. Ja, Bruder, auf jeden Fall, so viel dazu. Sehr gerne das Tor. Die Kamera muss man abchecken, Digga. Bruder, Thomas, erzähl mal, was kann man im Anime lernen, ja? Bruder, das Einzige, was man bei jedem Anime so ziemlich lernt, ist, dass man, egal wo man ist, es immer rausschafft. Immer rausschafft, ne? Das ist so ziemlich immer das Gleiche. Man kann immer gewinnen, Bruder, ne? Man kann immer gewinnen, ja. Welcher Charakter, Bruder, macht er am meisten für dich? Boah, Simon aus Guren Lagern. Boah, guten Lager, aber gut. Ja. Black Clover. Black Clover. Asta, äh, Marshall, aber Marshall ist, ne? Ja, das ist Lach-Kick. Ja, das ist Lach-Kick. Der ist so Asta, eine Kombi. Torfin, Digga. Torfin. Torfin ist ein Torfin. So, ganz wichtig, eine Aufnahme aus der Zukunft. Shin aus Kingdom ist Peak. Der ist Motivation pur. Ein Sklave in China, der sich hocharbeitet. Bouncer nicht vergessen, den Manga Bouncer Shishido. Ein Mann, der nichts hat, beziehungsweise einfach irgendein Draufgang ist, so ein HZ-Empfänger ist, der sich hocharbeitet, weißt du? Einer der stärksten Türsteher wird. Wichtig, Bouncer und Outlesen. Und natürlich, The Rebels of Time. Das sind Manga, die brechen euch. Lu Bu, aus The Rebels of Time, ist der Hungricks an einem Charakter. Und natürlich wieder Uuuuute Michelle, Mann. Ja, mit dem Michelle sind wir. Sensei Ultimate Michelle. Glocken, Like, Abo, Kommentar. Auf, ich hab auf, Geld. Kindem, einfach aktuell. Er arbeitet wie ne Bitt. Kein Tag, live auf Twitch. Nach dem Papa Bengo star. Ist euch unnormal dein Paar. So kommt, schaltet ein. Und ihr werdet Ultimate. Kommt und seid dabei. Ihr werdet Ultimate. Ultimate. Jede Tag auf Twitch.